Herzlich willkommen zum Podcast der AfD-Fraktion Unerhört. Politik für Hamburg. Herzlich willkommen zum Podcast. Bei mir heute zu Gast Olga Pedersen. Olga, herzlich willkommen. Wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da bist an diesem schönen sonnigen Tag. Du bist familienpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion. Das bist du auch mit Fug und Recht. Du bist ja vierfache Mutter. Ich hätte jetzt fast gesagt, immerhin. Also vier Kinder ist ja schon mal eine richtige Großfamilie für deutsche Verhältnisse. Du hast einen Antrag eingereicht, der befasst sich mit Familienpolitik und da geht es um ein Wechselmodell. Das muss man, glaube ich, den Hörern ein bisschen erklären, was ein Wechselmodell ist. Und warum hast du den eingereicht, würde mich interessieren. und die Aussicht, ob er vielleicht sogar durchgewinkt wird, durchgewunken, durchgewunken wird, durchgewunken. Ich glaube, grammatikalisch ist durchgewinkt richtig. Ich gucke das gleich mal nach bei duden.de. Aber ansonsten schreibt es einfach in die Kommentare. Genau. Erzähl mal ein bisschen was zu deinem Antrag. Ja, Robert, vielen Dank, dass ich dieses Thema hier auch ansprechen kann, denn ich halte es für sehr, sehr wichtig. Als erstes möchte ich natürlich klarstellen, das Optimale ist es immer, wenn ein Kind in der Obhut der eigenen Familie mit Mutter, Vater, optional Großeltern, zumindest irgendwo in der Nähe, und Geschwistern, damit es dann auch nicht alleine ist, sondern immer jemand hat zum Streiten und Versöhnen. Zusammenspielen und einfach eben, ja, so ein Gefühl der Geborgenheit zu Hause bekommt. Das ist natürlich immer so diese Idealvorstellung, die wir alle haben, die leider aber nicht immer in der Praxis zu finden ist. Und wie wir feststellen, gibt es immer mehr Scheidungen in unserer Gesellschaft und immer mehr Scheidungskinder damit. Und häufig ist eben das Problem, dass die Kinder nach der Scheidung eigentlich nur noch ein Elternteil behalten. Und ich spreche jetzt aber nicht von den Scheidungen, wo von einem der Elternteile auch eine Gefahr vielleicht für Leib und Leben oder für die Psyche eines Kindes ausgeht. Ich spreche von den Scheidungen, wo sich die Eltern menschlich auseinanderleben oder beziehungsweise partnerschaftlich auseinanderleben und eine Scheidung kommt, wo man aber immer noch Eltern bleibt und wo man, ich sage es jetzt mal, vielleicht auch es menschlich schafft, im Guten auseinanderzugehen. Da ist es wichtig, dass das Kind beide Elternteile im gleichen Umfang, und das nenne ich jetzt mal auch nicht nur aus Perspektive des Kindes, sondern auch für die Eltern, dass sie da einfach gleichberechtigt sind. Das Kind hat beide Elternteile im vollen Umfang. Die Eltern haben den vollen Zugriff sozusagen oder die Fürsorgepflicht für das Kind. Und sie haben dann nicht nur das Sorgerecht, was ja auch heute schon praktiziert wird, sondern die haben auch eine Fürsorgepflicht. Und die ist bei dem heutigen Modell, was in Deutschland praktiziert wird, schwierig umzusetzen, weil die Kinder häufig nur alle 14 Tage, wenn überhaupt, von Freitag bis Sonntag bei dem anderen Elternteil, in den meisten Fällen sind es die Väter. Und leider ist häufig vorzufinden in der Praxis, dass die Mütter, wenn die vielleicht auch eine Kränkung erlitten haben durch die Scheidung, häufig diesen Hebel nutzen, um den Vätern, ich nenne es jetzt mal auf ganz einfachem Deutsch, eins auszuwischen, indem sie zum Beispiel die Kinder ihm entziehen. Und das ist natürlich ganz einfach, wenn der Vater kaum Zugriff auf die Kinder hat. Und in unserem Umfeld, also wenn wir uns anschauen, zum Beispiel Schweden, da wird dieses Modell praktiziert und gelebt und die haben gute Erfahrungen damit gemacht. Also daher ist es nicht so, dass wir hier etwas völlig Neues erfinden, sondern wir gucken auf unsere Nachbarländer, die das praktizieren und schauen, wie funktioniert das da. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, dann ist es überhaupt nicht so, dass in Schweden die Kinder durch die Scheidung viel mehr traumatisiert werden als in Deutschland. Dementsprechend scheint dieses Modell auch den Kindern gut zu tun. Ja, vielen Dank, Olga, für die Ausführungen. Du hast recht, 40, glaube ich, die Scheidungsrate liegt bei 40 Prozent in Deutschland. Und einige Soziologen sprechen von einer vaterlosen Gesellschaft, nicht von einer vaterlandslosen Gesellschaft, sondern einer vaterlosen Gesellschaft, weil viele Kinder ohne Papa aufwachsen. Und das bewirkt natürlich was bei den Kindern. Und ich weiß es auch aus dem persönlichen Umfeld, wo dann auch Mütter diesen Hebel genutzt haben, um den Papa mit ihrem Ex-Partner eins auszuwischen. Und viele Väter zerbrechen daran schlichtweg. Das ist wirklich ein ganz ernstes Thema, weil die Zeit, du weißt es selber, die Zeit rennt, gerade bei kleinen Kindern. Wenn man dann zwei, drei Jahre aus dem Rennen ist, dann ist man wirklich komplett weg. Und dann ist man sich komplett fremd geworden. Deshalb finde ich den Antrag sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Du sprichst das gerade an, die Väter zerbrechen daran. Also sprich, wir haben dann eigentlich nur noch Opfer in dieser Situation. Die Kinder, die plötzlich eine enge Bezugsperson verlieren und nicht nur mit einem neuen Umfeld und Alter konfrontiert werden, sondern denen wirklich eine Bezugsperson wegbricht. Und die Väter, die einen derartigen Bruch erleiden, beziehungsweise einen Trauma erleiden, dass sie ebenfalls auch nicht mehr in der Lage sind, vielleicht in ihrer Zukunft eine gut funktionierende neue Familie zu gründen, um, ich nenne es jetzt mal dieses neue deutsche Wort, Patchwork, Familie zu leben, weil die natürlich durch ihr Trauma menschlich und psychisch so instabil sind, dass sie eventuell sogar auch im Berufsleben Schwierigkeiten bekommen. Also sprich, wir bekommen da eben auch Patienten in die psychologischen Praxen rein, was natürlich eben, ich nenne es jetzt mal, unserem Bruttoinlandprodukt nicht gut kommt. Auf jeden Fall. Ich habe übrigens nachgeguckt, durchgewinkt, hat man früher gesagt, durchgewunken kann man mittlerweile auch sagen. Also, aber grammatikalisch richtig ist beides, aber durchgewinkt ist eigentlich das Schönere. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, ja gerade eben. Es freut mich, dass wir trotz verschiedener Aussagen ja nun jetzt beide Rechte behalten haben. Absolut, das ist immer gut. Das ist in der Politik nicht oft der Fall. Ich wollte gerade sagen, und das ist in der Politik sehr, sehr selten der Fall. Genau, und jetzt wird der Antrag behandelt in der Bürgerschaft. Wir nehmen das jetzt am Dienstag auf, hier den Podcast. Morgen ist Bürgerschaft, am Mittwoch. Der wird nicht debattiert, der Antrag, sondern wird nur abgestimmt, in Anführungszeichen. Ja, der hat bestimmt gute Chancen, mit den... Abgelehnt zu werden. Ich bringe es auf den Punkt. Wir kennen das ja. Leider werden unsere Anträge grundsätzlich abgelehnt von den anderen Fraktionen. Allerdings, was ich sehr, sehr positiv finde, ist, dass hin und wieder mal Ideen von uns aufgegriffen werden und von den anderen Parteien oder Fraktionen in dem Fall reingebracht und dann auch beschlossen werden. Und so traurig das ist, dass das dann nicht mehr aus meiner Feder kommt, so schön wäre es dann aber auch für die Hamburger beziehungsweise eben für Menschen, die von Scheidungen betroffen sind, ob es Hamburger sind oder nicht, spielt dabei keine Rolle für mich, sondern dass die betroffenen Menschen davon profitieren würden. Definitiv. Und wichtig auch noch mal zu erwähnen, es geht nur um Väter, die das auch wollen und möchten. Also es gibt natürlich auch Väter, die machen sich auf und davon und wollen eigentlich gar kein Papa sein. Darum geht es. Das ist auch ihr gutes Recht, in Anführungszeichen. Also eigentlich ihr schlechtes Recht, weil ich bin selber Vater, jeder sollte dieses Recht und diese Pflicht auch nutzen. Aber es gibt ja auch Leute, die wird man dadurch nicht zwingen können. Das ist auch vollkommen klar. Das ist richtig. Das hatte ich ja auch eingangs gesagt. Wir sprechen jetzt nicht von Entscheidungen, wo körperliche oder psychische Gewalt eine Rolle spielt oder wo eins der Elternteile sich komplett zurückzieht. Es gibt auch Mütter, die sich aus dem Leben ihrer Kinder komplett zurückziehen und selbst einfach die Familie verlassen. Von diesen Fällen sprechen wir nicht. Wir sprechen eben von diesen Normalscheidungen, nenne ich es jetzt mal Normalscheidungen, wo sich Paare aus irgendwelchen Gründen als Partner auseinandergelebt haben. Und das ist ja auch häufig sogar der Fall, dass diese dann im Guten auseinandergehen. und ich kann es nicht sagen im Guten, weil es ist nie gut, wenn eine Familie zerbricht. Aber die Partner im Nachhinein menschlich gut miteinander auskommen. Aber auch die praktizieren dieses Modell sehr, sehr selten, weil es einfach nicht gängig ist. Es ist ganz selten der Fall, dass eine Familie von sich aus nach einer Scheidung sagt, sagt, wir machen dieses Wechselmodell von uns aus. Das ist natürlich nicht nur für die Kinder ein Vorteil, sondern das ist ja auch für die Mütter ein Vorteil, die nach einer Scheidung dann nicht mehr komplett alleine mit den Kindern dastehen. Total. Also ich habe letztens einen mittelalten Vater kennengelernt. Ich war in einem Ökodorf für ein Wochenende. Das war ganz interessant. Und da habe ich einen kennengelernt, die praktizieren dieses Modell. Und das hat wunderbar funktioniert. Und er genießt die Zeit mit den Kindern, aber er genießt dann auch die Zeit ohne Kinder. Und genauso seine Ex-Frau auch. Also das kann wunderbar funktionieren. Geht natürlich nur, wenn man auch räumlich vor Ort ist, also in der Nähe ist. Gut, in einem Stadtstaat wie Hamburg ist es, wenn beide Elternteile in Hamburg leben, ist das kein Problem. Wenn natürlich das eine Elternteil jetzt in Hamburg lebt und das andere in Hannover oder Frankfurt oder München sogar, dann ist es schon ein bisschen schwieriger natürlich. Richtig, Hannover würde ja noch gehen, aber ich sage mal, ab München wird es schwierig. Und wir sprechen, wie gesagt, wir sprechen ja von diesen Normalfällen, die meistens dann ja auch vor Ort sind. Also die meisten Scheidungen, die ich kenne, da sind beide dann auch vor Ort geblieben. Und die Strecke zwischen denen hat sich vielleicht um ein, zwei Kilometer vergrößert, nachdem sie sich einig geworden sind, wie die Kinder eben betreut werden, ein Wechselmodell oder eben dieses 14-tägige. Weil natürlich gibt es auch Eltern, die wandern dann komplett aus. Elternteile, die wandern dann nach Australien aus. Da wird dieses Modell nicht praktizierbar sein. Wäre ein bisschen teuer mit den Tickets und so halt. Das ist richtig, weil dann kommt natürlich auch immer die Frage, wenn es dieses Wechselmodell gibt, wer trägt denn die Kosten? Nein, klar. Nein, also ich finde das sehr, sehr gut, dass du den Antrag gestellt hast und wir den als AfD-Fraktion einreichen, weil die AfD wird ja gerne immer so wahrgenommen als Hardcore und harte Themen und dies und jenes. Aber das ist jetzt ein ganz emotionales Thema, ein Nischenthema, was aber trotzdem eigentlich sehr, sehr wichtig ist, weil viele davon betroffen sind. Jeder kennt bestimmt jemanden, der jemanden kennt zumindest, wo die Familie auseinandergebrochen ist. Und ja, das finde ich gut, dass wir da einen Beitrag zur Debatte leisten. Und ja, deshalb haben wir das auch mal hier im Podcast etwas länger und breiter erörtert. Ich möchte noch ein Thema ansprechen, und zwar der Hotspot. Hamburg wird Hotspot. Ja, auch wieder ein tolles, modernes, neues Wort, was wir nicht alles gelernt haben in dieser Corona-Pandemie. Hamburg wird jetzt Hotspot. Warum wird Hamburg Hotspot und was will der rot-grüne Senat damit erreichen? Und wie ist die Haltung der AfD-Fraktion dazu? Wenn du das kurz erläutern könntest. Ja, wir haben ja in der Corona-Zeit sehr, sehr viel gelernt. Allerdings die Regierenden ebenfalls. Und die haben gelernt, dass man durch bestimmte Regeln und Hebel die Menschen besser kontrollieren kann. Indem man ihnen sagt, wo sie langgehen müssen. Indem man ihnen sagt, wie sie sich zu kleiden haben. Also Mundschutz. Und das Ganze eben im Rahmen einer Pandemie, egal wie gerade die Lage ist, immer als gegeben verkauft. Wir orientieren uns nicht an den Zahlen, denn diese Zahlen sind, die schwanken so sehr, dass wir die Regeln eigentlich täglich anpassen müssten. Das tun wir aber nicht. Sondern ich habe das Gefühl, je besser die Zahlen werden in Hamburg, desto strenger werden die Regeln. Und desto konsequenter werden sie durchgesetzt. Ich schaue ebenfalls wieder mal in unsere Nachbarländer und sehe, dass fast alle in unserer Umgebung bereits diese Regeln, ja sogar weltweit, Ich war jetzt die letzten Wochen in Ungarn und da gibt es eigentlich nur noch, glaube ich, im Krankenhaus die Maskenpflicht. Ansonsten ist dort der normale Alltag eingekehrt und es ist auch wirklich schön zu sehen, dass die Menschen wieder zu der Normalität zurückfinden und auch, dass sie überhaupt in der Lage sind, zur Normalität zurückzufinden. Vor allem ist es ja für unsere Kinder wichtig, dass diese wieder ganz normal ihre Kindheit genießen können. Sie haben die letzten Monate, gar Jahre, damit zugebracht, Stimmungsschwankungen, selbst bei ihren Eltern, wenn sie unterwegs sind, nur noch an den Augen ablesen zu können. Denn es ist nicht mehr möglich, dem eigenen Kind zuzulächeln, wenn man unterwegs ist, mit Bus und Bahn zum Beispiel. Die Kinder, vor allem die Kleineren, kennen die Schule nur noch mit Maske, den Lehrer nur noch auf Abstand. Und die Mitschüler ebenfalls nur noch mit Maske. Und wenn ich mir dann aber vorstelle, dass zum Beispiel in unseren Nachbarländern, wie in Ungarn, die, das ist nicht unmittelbar der Nachbar, aber in unserer Umgebung und auch in der EU, da ist der Alltag so normal, wie wir ihn vorher kannten. Und dementsprechend wünsche ich mir natürlich, dass diese Regeln komplett abgeschafft werden, weil sie einfach auch nicht mehr zeitgemäß sind. Und wir müssen natürlich auch noch erwähnen, dass die AfD dagegen klagen wird. Die Partei wird dagegen klagen. Das ist beschlossen worden, hat der Landesvorstand beschlossen. Das ist jetzt auch als Pressemitteilung eben veröffentlicht worden. Das lassen wir so nicht auf uns sitzen. Diesen Wahnsinn, dass der fortgeführt wird hier in Hamburg und dieser Flickenteppich einfach immer mehr zerfleddert und auch überhaupt keine Zahlen vorliegen. Es sind ja überhaupt nicht evidenzbasierte Zahlen vorhanden. Richtig. Wir hatten ja diesen Flickenteppich auch am Anfang der Pandemie, dass die Länder einzeln entschieden haben, was sie gerade tun. Und wir haben jetzt im Moment wieder dieses Bild, also in Berlin hat man einfach sich der Verantwortung entledigt, indem man gesagt hat, es läuft einfach aus. Man hat einen Stichtag gesetzt und hat gesagt, da laufen alle Maßnahmen aus. Und hat diese Verantwortung aber in dem Moment weitergegeben und gesagt, jetzt dürfen die Länder entscheiden. Und die Länder entscheiden zum größten Teil leider, diese Maßnahmen im Moment zumindest aufrecht zu erhalten. Also sprich, es ist in dem Sinne nicht ausgelaufen. Man hat einfach jetzt nur den Verantwortlichen da gewechselt. Ja, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Halt mir fest. Beim einen Thema Wechselmodell, Kinder brauchen Mama und Papa. Und beim Thema Corona kehren wir zurück zur Normalität. Liebe Olga, schön, dass du heute bei uns zu Gast warst. Vielen Dank dafür. Du hast heute wahrscheinlich wieder einen vollen Terminkalender. Das ist richtig. Deswegen sind wir auch so ein bisschen unter Zeitraum. So sieht es aus. Und die Kollegen wollen ihre Mitarbeiterrunde oder ihre Morgenlage hier fortführen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Schreibt in die Kommentare. Wir hören uns, wir lesen uns. Bis bald. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.